Fünf Fragen zum Thema Unternehmenskäufe und Übernahmen in Deutschland, Entwicklung, Goodwill und Mitbestimmung an Universitätsprofessor Dr. Marc Eulerich von der Universität Duisburg- Essen und Dr. Robert Scholz vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Herr Professor Eulerich, welche Rolle spielen M&A-Aktivitäten für Unternehmen und welche Chancen und Risiken bestehen bei solchen Deals? Durch M&A, also durch Unternehmenszukäufe oder die Fusion mit anderen Unternehmen, haben Unternehmen die Möglichkeit, sich im Grunde genommen in unterschiedliche Branchen, in unterschiedliche Industrien zu diversifizieren. Sie haben aber vor allem auch die Möglichkeit, schnell zu wachsen, weil natürlich durch den Zukauf ich als Unternehmen in der Lage bin, auch den Marktanteil des gekauften Unternehmens oder die Technologie zu übernehmen. Das heißt, das ist eine klassische Form der Wachstumsstrategie. Das hat natürlich ganz viele Vorteile, weil man aus Sicht des Unternehmens dadurch in der Lage ist, sehr schnell in einen Markt zu kommen, sehr schnell eine neue Technologie anzunehmen oder eben auch sehr schnell die Größe, die Marktdominanz auszuspielen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sich auch vor Augen führen, dass es eine ganze Reihe an Risiken gibt, wenn ich mich mit so einem Zusammenschluss von zwei Unternehmen befasse. Es gibt Probleme, ich muss diesen ganzen Kauf oder die Fusion finanzieren. Es ist die Frage, wie gut bin ich in der Lage, tatsächlich die Synergien, die eigentlich aus diesem Zusammenschluss entstehen sollen, auch nachher zu heben. Auch ist immer die Frage, inwieweit bin ich in der Lage überhaupt, zwei verschiedene Unternehmen zu integrieren, weil ich vielleicht unterschiedliche Unternehmenskulturen habe, weil ich vielleicht Herausforderungen habe, wie das Verständnis des Unternehmens am Markt ist, wie die Branche das Unternehmen wahrnimmt. Und das ist natürlich auch eine sehr große Herausforderung, weil ich damit, wenn ich diese Integration nicht schaffe, natürlich genau diese Synergieeffekte nicht heben kann. Und wenn wir uns die ganze Digitalisierung anschauen, ist das natürlich mittlerweile auch ein sehr großes Problem. Bin ich überhaupt in der Lage, die IT-Systeme dieser beiden Unternehmen, die nachher fusioniert werden sollen oder das Unternehmen, was gekauft werden soll, dieses IT-System auch mit meinem zu harmonisieren, sodass ich in der Lage bin, tatsächlich auch eine gesamte Steuerung zu haben. Das heißt, man sieht in der Zusammenfassung, es gibt zwar zahlreiche Vorteile, vor allem eben, wenn es um Wachstum geht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch verschiedene Risiken, die man berücksichtigen muss, damit so ein M&A-Deal idealerweise auch erfolgreich abgeschlossen wird. Sie haben ausgewählte börsennotierte Unternehmen in Deutschland untersucht. Wie ist die M&A-Situation in Deutschland? Wir können ganz interessanterweise feststellen, dass schon seit den 1985er, seit den 1990er Jahren ein kontinuierliches Wachstum im M&A-Markt ist. Wir haben natürlich manchmal die Herausforderung, dass diese M&A-Transaktionen, gerade wenn wir zum Beispiel Finanzkrise haben, als die Dotcom-Blase zerplatzt ist, dass man dann natürlich auch sieht, dass diese Kurve mal kurzzeitig nach unten geht, allerdings sehr schnell steigt. Und das war interessanterweise auch während der Corona-Zeit so. Das heißt, im Jahr 2020 waren die Deal-Aktivitäten eher zurückhaltend. Es waren nicht so viele Deals, die stattgefunden haben. Das hat sich bereits schon 2021 geändert, wo eben sehr massive Wachstumsraten wieder da waren. Und das liegt eben auch daran, dass viele Unternehmen in Deutschland sehr attraktiv sind, gerade auch für ausländische Investoren. Das heißt, für Investoren aus den USA, aus China, für große Private Equity Fonds oder Hedge Fonds, weil wir in der Regel in Deutschland, gerade auch im größeren Mittelstand, Technologieführer haben, die eine sehr gute Marktposition haben, auch im globalen Umfeld. Und wir hier natürlich bei einem Deal ein sehr gutes Übernahmeobjekt haben, eben auch mit einer strategischen Relevanz, wie ich also mein eigenes Unternehmen weiterentwickeln kann durch so einen Zukauf mit deutscher Technologie oder eben deutscher Marktpositionierung. Herr Dr. Scholz, was ist der Goodwill und welche Bedeutung hat er für Unternehmen? Der Goodwill ist eine Messgröße für den zukünftigen wirtschaftlichen Nutzen aus einer Übernahme. Das heißt, wenn der Kaufpreis für das Unternehmen über dessen Buchwert liegt, dann erscheint diese Differenz als Goodwill in der Bilanz des kaufenden Unternehmens. Der Kaufpreis setzt sich aus unterschiedlichen Elementen zusammen, also zum einen natürlich das Anlagevermögen, dann sowas wie immaterielle Vermögenswerte, aber eben auch diese Bewertung des zukünftigen wirtschaftlichen Nutzens. Diese Bewertung unterliegt natürlich einer gewissen Unsicherheit, weil unklar ist, ob sich diese erwarteten, zu erwartenden Synergien wirklich erfüllen. Es kann auch sein, dass es andere Gründe dafür gibt, warum ein hoher Goodwill entsteht, weil es zum Beispiel gerade einen Übernahmezyklus in einer Branche gab und dadurch die Kaufpreise nach oben getrieben wurden. Es kann aber eben auch daran liegen, dass die Ziele, die mit der Übernahme verbunden sind, zu ambitioniert sind. Eine hohe Bilanzierung eines Goodwills ist erstmal per se noch kein Problem. Problematisch ist allerdings, wenn also der Goodwill im Verhältnis zum Eigenkapital sehr, sehr hoch wird. Das heißt, wir haben im Untersuchungssample Unternehmen, die einen höheren Goodwill ausweisen, als sie überhaupt über Eigenkapital verfügen und das ist dann natürlich problematisch für die finanzielle Stabilität dieser Unternehmen. Außerdem ist es problematisch, weil sogenannte Imperments stattfinden, also Werthaltigkeitstests, wo dann also geschaut wird, entspricht diese Bewertung noch tatsächlich dem zu erwartenden Nutzen und wenn das dann nicht der Fall ist, muss das nach unten korrigiert werden und das ist dann zum einen negativ, weil es direkt den Gewinn der Unternehmen mindert und meistens auch, weil es natürlich dann in der Öffentlichkeit eher negativ wahrgenommen wird, weil im Nachhinein also das Management dann eingestehen muss, dass die zu erwartenden Ziele nicht erfüllt werden konnten. Welchen Einfluss hat die Mitbestimmung auf die Bilanzierung des Goodwills und welche Schlüsse werden aus der Studie gezogen? Wir haben untersucht in der Studie, welchen Einfluss verschiedene Variablen der Unternehmensstruktur und der Erfolgsgrößen, welchen Einfluss diese Variablen haben auf das Verhältnis vom Goodwill zum Eigenkapital in der Bilanz. Neben den verschiedenen Kontrollvariablen haben wir auch die Mitbestimmung mit, ein Bezogen in die Untersuchung. Die Mitbestimmung haben wir gemessen über den Mitbestimmungsindex, der also zwischen 0 und 100 Punkten gemessen wird und wir kommen zu dem Ergebnis, dass es also einen signifikant negativen Zusammenhang zwischen der Mitbestimmung und dem Verhältnis von Goodwill zu Eigenkapital in der Bilanz gibt. Das heißt, in einem Unternehmen, welches nicht mitbestimmt ist, beträgt laut dem geschätzten Modell das Verhältnis von Goodwill zu Eigenkapital ungefähr 0,59. In den Unternehmen, die den Mitbestimmungsindex von 100 Punkten haben, also die alle möglichen Variablen zur Arbeitnehmerrepräsentation vollständig erfüllen, beträgt dieses Verhältnis zwischen Goodwill und Eigenkapital 0,36. Das heißt, die größtmögliche Differenz, haben wir hier also einen Unterschied von 23 Prozentpunkten, die sich die gering oder gar nicht mitbestimmten Unternehmen mit den bestmöglichen, höchstmöglichen mitbestimmten Unternehmen unterscheiden. Konkret heißt das also, dass also in den höher mitbestimmten Unternehmen auch ein entsprechend höherer Eigenkapitalpuffer im Verhältnis zum Goodwill vorhanden ist, was also für die finanzielle Stabilität dieser Unternehmen dann spricht. Wie genau allerdings die Mitbestimmung diesen Einfluss geltend machen kann, das muss jetzt auch in weiteren Analysen noch untersucht werden. Herr Professor Eulerich, worauf sollten Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten in diesem Zusammenhang achten? M&A-Transaktionen, also Käufe und Fusionen, sind grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema für den gesamten Aufsichtsrat, also sowohl für die Arbeitnehmer- als auch für die Arbeitgeberseite. Der Aufsichtsrat muss der Sorgfaltspflicht nachkommen und verstehen, was ist die Logik hinter so einem Deal, welche strategische Zielsetzung soll damit erreicht werden, welche Risiken gehen damit einher, hinsichtlich der Integration, hinsichtlich der Realisierung von Synergieeffekten. Das ist wirklich ein ganz zentrales Thema für den Aufsichtsrat. Warum? Weil wir natürlich auch bei so einem Deal grundsätzlich immer mit potenziellen finanziellen Risiken rechnen müssen. Deswegen ist es eben sehr wichtig, sich vor Augen zu führen, was bedeutet eigentlich so ein Kauf oder so eine Fusion. Aus Sicht der Arbeitnehmer ist durch diese Fusion oder durch so einen Kauf natürlich auch immer eine Auswirkung auf die Beschäftigungssituation sehr relevant. Das heißt, man muss sich vor Augen führen, wie kann oder wie wird sich durch diesen Zusammenschluss auch die Situation der Beschäftigten verändern? Gibt es Auswirkungen auf die Standortentscheidungen? Gibt es Auswertungen auf die Lohn- und Gehaltsentscheidungen? Hier muss man natürlich gerade auch überlegen, welche Risiken gehen mit so einem Kauf einher und deswegen natürlich auch sehr gut nachfragen, was ist eigentlich die Motivation dafür und eben auch besser verstehen, warum hat sich der Vorstand für diese oder jene Option entschieden, damit man natürlich auch seiner Überwachungsrolle bestmöglich nachkommen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.